Oh. Hä? Wieso haut das Ding trotzdem ab, das Viech? Komm. Mein Ocelot, bitte komm. Komm ozzi. Es ist jetzt mal so ruhig. So, jetzt schauen wir mal. Bisschen vermehren. Neubesiedlung. Irgendwie hat es der Ocelot nicht so mit uns. Schau mal. Schon mal gerade auffällt, die f-fällt die fast keinen Hunger. So gut wie gar keinen. So. Bam. Monsterjäger. Was ist hier unten? Okay. Ach du Scheiße, du meinst, ich glaube lieber nix. Redstone? Nein. Nicht mit mir. Wo kommen wir hier hin? Schauen wir mal. Wow. Sensationell. Ähm. Ah. So verlasse ich's okay. Sensationell. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Ah. Cool. Können wir einen Eisengohle machen. Ja. Sag jetzt bloß, wir können Platz haben. Nehmen. Sag bloß, wir können Platz haben. Nehmen. So. So. Das hat sich mal aufwärts wirkt. Das hat sich schon mal zu machen. Wie wenn das ist, der Schuss? Na klar, was ist das? Ich mag mir nicht. Ich kann nicht mehr nerden. Aber die sind viel zu dir. Ich kann nicht mehr sonst nicht mehr auszumachen. Ich kann nicht mehr so machen. wo hat doch wie mir schreckt hat halt der vater schreck meines lebens ja aber das können wir ja schon als altbekannt hier weg martin okay ist eine schöne stadt Was ist denn hier drin? Ah, okay, hier sind Betten drin. Bin ich gerade geschickt. Wo? Hä? WTF? Irgendwie ist das nur ein bisschen scheiß buggy. Was ist hier? Wow. Nichts. Fuck. Egal. Aber das kennen wir ja aus Minecraft. Ruckzuck glitscht was durch. Ein paar Blöcke durch. Ruckzuck. Okay, nether portal. Wow, ist ja viel drin. Zaubertisch. 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 Ich sag jetzt einfach mal der Hane. Hä? Auf der Tutorial Welt können wir eigentlich alle auf Folge machen, wo man machen kann. Oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Okay, jetzt sind wir hier. Da waren wir ja drin, vorher gerade. Wollen durch die Wand doch geglitscht sind. Ahammergeil. Hier sind Rüstungen. Eisen. Kann man jetzt mehr als gut brauchen. Eine scheiß Eisenrüstung. Oh ja. Ich schau mal hier rein. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und was sie feststellt, Speyer relativ häufig ist eigentlich ganz gut. Finde ich, weil man muss anscheinend demnach nicht zwingend schlafen gehen. Also wenn man nicht schlafen geht, muss man nicht trotzdem wieder auferstehen. Wo und wo von da. So, erst mal eine Runde. So, Hallöchen. So, wie viel haben wir denn noch? Ja. Ja. 3,50 ungefähr. Um. Gewehr. Fast auch schon am Ende. Wo war jetzt das Nervenportal nochmal? Gewehr. Gewehr. Ja. Es wird Adder. Dort in was. Also. Gewehr. 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 Echt. Gewehr. 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 Das sieht ziemlich nach einer unterirdischen Hölle aus. Super, sag Gassi, wow, können wir wieder hochlaufen, nochmal geil. Okay, Pikman, hallo Pikman, sollte man nicht angreifen, denn ich will jetzt, können Stress anfangen hier, okay, hallo, das ist hell, Feuer, ich will immer scheiß Feuer, hier, 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 Alter, hier ist Schwede, Sack, das hab ich mir nicht veräppeln, kack, ey, egal, auf jeden Fall das Hauptziel ist erreicht, hier, ich hab's in Nesak gesehen, und wisst, wie hier aussieht, oder was, ja, wie, okay, da ist ein Gang, ich will jetzt mal schauen, oh, nein, nicht doch, ist mega verwirrend hier, vor allen Dingen, weil als Hupfer gleich aussieht, okay, und von hier kommen vielleicht, ich hab keine Ahnung, ja, hier ist Pikman, okay, ja, ja, Juhu, also, wir sind wieder zurück, jetzt baue ich's nur nochmal zu, weil wir ja alle wissen, alle Minecraft-Kenner wissen, dass die Pikman, die Pikman, die Winnie Pikman, wie auch immer, durch, durchs Portal kommen können, die können's nicht so, nur sie machen's meistens, mhm, Juhu, Juhu, hmm, hm, ich weiß, was mir auffällt, hier stehen überall Truhen rum, aber keine Crafting-Tables, so, ich würd's sage, zu guter Letzt, fahren wir noch eine Stunde, auf dem Boot, so, brumm brumm brumm, so, auf geht's, mal über die Waffen hier, oh, das wollte ich nicht, also, laufen wir einfach mal weiter, so, ein bisschen geil aus, also, ich, zum, es gibt Texture Packs, auf jeden Fall, ein paar, ein Fantasy Texture Pack, ein Cartoon, also, Zeicheltrick Texture Pack, also nicht das von Fax, sondern von, jeweils von Mojang, und hier ist eine fette Höhle, wo ich Mongor reingesprungen bin, Kohle, 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 jetzt haben wir schon wieder voll oder was, Kacke, Alter, mir, frottet das Fleisch, brauchen wir noch mit, so, was ist das hier, Eisen, gell, ja, wohl, sowas legen wir nur weg, Blumen, so, jetzt wollen wir hier uns nochmal raus, kurz, ganz professionell, wie wir es genau nicht machen sollen, nämlich mit der Eidem, sonst spielt Sack, so, warte mal, jetzt, ob wir können, egal, so, so, mit dieser, mit diesem Ausblick auf, wie blenden die eigentlich in den Notar auf, keine Ahnung, aber mit diesem Ausblick auf die Minecraft Schrift, würde ich sagen, das war's für Shorty probiert, die, Playstation 4 Edition in Minecraft, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt nochmal ein Part, vielleicht auch nicht, ich kann jetzt nichts versprechen, aber, auf jeden Fall, das Endfazit, ja, gleich geil, wie in, am PC, ja, die Steuerung ist zwar gewinnungsbedürftig, also, für jeden, auf jeden Fall empfehlenswert, ja, da Minecraft das Jahrhundertspiel ist, muss man es auf jeden Fall zocken, ähm, ja, wenn, wenn man bessere PC hat, lieber am PC, und sonst, wenn, wenn man keinen PC hat, oder so auf der Konsole, ganz einfach, da ich einen PC habe, zock ich lieber am PC, weil da die Steuerung, finde ich, einfach besser ist, weil man da viel mehr machen kann, schöne Texture Packs, so ein Scheiß hat, modden kann und sowas, ja, auf jeden Fall, danke ich, fürs Zuschauen, lasst die Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, teilt es auf Facebook, was, was weiß ich, ähm, schreibt einen Kommentar drunter, was, was, was ich beim nächsten Let's Play, Schauti probiert, oder was auch immer besser machen kann, Verbesserungstipps und so, Vorschläge, Themenvorschläge, Projektvorschläge und sowas, ja. Also sag ich, bis zum nächsten Mal, euer Schauti war am Start. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Tschööööööööööööööööööööööööööööööoot! Vielen Dank.